Wir haben mal wieder ein bisschen in der Statistik-Schatzkiste rumgekramt und auch eine Kleinigkeit für euch dabei, und zwar die besten Kickbase-Punkte im Kalenderjahr 2024. Ab Spieltag 17 sind da schon einige Überraschungen dabei, wir hätten beispielsweise nicht damit gerechnet, dass Jamal Musialas Form-Explosion schon so krasse Früchte trägt, dass er hier mit über 2200 Punkten auf Platz 2 unterwegs ist. Unter anderem gibt es auch solche Spieler wie Ian Marzen auf Platz 9 mit 1620 Zählern oder auch Maxi Mittelstädt in den Top 10, ebenfalls gut 1600 Punkte. Alles schön und gut, alles interessant, für uns aber viel interessanter. Wer schafft es auch in den letzten sieben Spieltagen in dieses Ranking? Und da gehen wir mal mit unserem Pick voran und sagen, Leroy Sané, der aktuell wirklich gar nichts damit zu tun hat, wird nochmal richtig zulegen, wird gerade mit Blick auf die EM nochmal ordentliche Performances zeigen und am Ende Top 10 finishen, was die letzten sieben Spieltage angeht. Was sind eure Takes? Gerne mal in die Kommentare, wir sind gespannt.